Wieder hier zu einem nächsten Part. Ich bin SandyFieldrattracht und jetzt playe ich für euch Portal. In die Kammerschleuse, okay. Es ist Raum Nummer 3. In die Kammerschleuse. Leute, das ist doch kein Test. Das ist... Ja, aber wir werden eh gerade getestet. Wir müssen uns auch mal testen lassen. Und der Tag der offenen Tür für Töchter... War das das mit den Kartoffelnbatterien? Oder nicht? Ja, ich habe ja keine Ahnung. Kartoffelbatterie vielleicht, ja, vielleicht nein. Okay, gut. Das war Let's Play Portal mit mir, SandyFieldrattracht. Bis zum nächsten Mal.